Man hofft natürlich immer so ein bisschen, nebenbei einen geilen Aal zu fangen, oder nicht? Also wenn man doch schon mal hier steht, dann will man doch auch einen Aal fangen. Schön an einer alten Festung, so ein bisschen schilf- und ufernah, bisschen verschlonzte Area. Da kann sie doch mal so ein oller Aal rumtreiben, Alden. Und der zuppelt jetzt auch schon. Tja, was angelt man denn hier am besten? Und mit was? Ich meine, ich habe hier die Tage eine fette Schleie gefangen. Übelst sexy, kann man gerne machen. Aber ist denn das so sinnig, dann einfach hier den ganzen Tag auf Aal zu gehen? Oder sich halt nur auf einen Fisch zu konzentrieren? Wahrscheinlich nicht. Man kann einfach hier versuchen, verschiedene Köder zu nutzen. Oder sich hier einen Spot irgendwie zu suchen, der halt konstant den ganzen Tag über irgendwas liefert. Und dann in der Nacht vielleicht sogar auch noch nebenbei als Beifang mit ganz viel Glück einen Aal liefert. Da macht das Ganze Sinn und so entdeckt man dann vielleicht auch mal gut funktionierende und laufende Aalspots. Denn von allein und einfach so und irgendwie drei, vier, fünf Nächte in Folge an verschiedensten Stellen sich hinzustellen und darauf hoffen, bitte lieber Aal, sei mir gewonnen, gesegnet, gegeben, gebenedeit. Wie auch immer, gewogen, maybe. Und dann ist er doch nicht gewogen, der Aal. Und dann verpisst er sich einfach und denkt sich, scheiß, was auf deinen Köder alten Haut, der habe ich Bock auf. Keine Ahnung. Aal frisst auch mal die teuren Goldköder oder so Sachen. Oder Köderfisch oder Frosch und was nicht alles. Heißt also, man hat erstmal einen super seltenen Fisch, der selten an ihr oder der sehr spezielle Spots bevorzugt. Und dann hat man auch noch verschiedene Köder und Vorlieben. Dann ist das Wetter natürlich wieder ganz wichtig. Wo beißt ihr am liebsten? Bei welchem Wetter? Schwierig das Ganze. Also von daher, ganz simpel hier rangehen. Wenn ihr im Level 12 Bereich seid, an der Festung seid und euch denkt, geil Alten, jetzt fange ich mir ein Aal. Ihr macht mehr Geld, wenn ihr am Windenbach seid oder am Moskito seid und dort einfach mit einem leichten Setup weiterangelt. Ihr macht mehr Geld, wenn ihr hier an der alten Festung auf Brassen geht. Also, wie gesagt, startet an den kleinen Gewässern. Seht zu, dass ihr die ersten Futtermischen herstellen könnt bis hin zur Brassenfuttermische. Wenn ihr dann noch nicht so ganz seid, stellt euch eine Futtermische zusammen mit süßlichen Komponenten. Das, was halt eher süßlich ist an Futtermische, was ihr schon herstellen könnt, rein damit, ab auf Brasse damit. Und ansonsten, wenn ihr dann hier euch so eine Stelle sucht für Aal, geht nicht so blind da drauf und sagt, ah, für Aalangeln brauche ich im Idealfall so einen 7 bis 9 Kilo Vorfach. Ich brauche, wenn das die Rute überhaupt aushält, einen 4er bis 1er Haken ist vielleicht ganz gut. Und dann auch noch Fischschwätzen wäre auch noch gut. All das alles nicht notwendig. Ihr könnt auch mit dem Aalfang vielleicht auf dem Mistwurm oder halt auf dem Tauwurm oder ihr ballert einen Regenwurm rein oder ihr ballert auch mal einen Käse rein, auch das funktioniert. Und wenn wir doch schon mal jetzt gerade hier sind und an der Stelle ja doch hier auch zwischendurch die schön dicken, fetten Schleien reinballern, dann probieren wir doch auch einfach mal Köder für Schleie. Wie wär's denn mal mit so einem ollen Käse? Na, hat er umgestellt? Hat er. Schön den Käse, zack, hier rein. Immer so auswerfen. Ich habe jetzt hier keinen Klipp. Ich habe jetzt so ausgeworfen, dass ich quasi hier oben in diesem Bereich, wo diese Kante ist, da will ich landen. Gar nicht so weit. Also wenn man dann zumacht, das sinkt ja dann eh noch ein bisschen runter. Man landet dann ungefähr hier mittig. Aber wie gesagt, hier oben an dieser Kante will ich ungefähr landen oder eben auch mal so ein bisschen mehr hier in diesem Bereich. Also vor diesem Schilf, vor dieser Schilfbank direkt. So, jetzt gucken wir mal. Tauwurm. Was halt hier immer ein bisschen gefährlich ist, wenn ihr hier steht und ihr habt ein bisschen zu große Köder oder so eine Kartoffel dran oder auch den Käse. Es kann halt ein fetter Amour reinballern. Immer aufpassen. Komm mal hier auf den Mistwurm. Mistwurm und Brasse, ich sage es euch. Geht auch immer wieder. Wie gesagt, Amour immer aufpassen. Wenn ihr halt im fetten Drill seid, seht zu, dass er nicht hier ins Offene abhaut, der Amour. Heißt also mit der Rute hier nach links drehen. Und dass er dann nach rechts abhaut, der Fisch, und dann versucht ihn hier in diesem Bereich zu drillen. Nach links, nach rechts rennen und immer schön drillen. Und links und rechts. Schaut euch da vielleicht das VOD vom Livestream an, wo ich die Super Trophy gefangen hatte. Super Trophy Schleie. Ich dachte auch erst, das wäre ein fetter Amour. Ziemlich heftiger Drill. Tja, schwierig das Ganze. Futtermische kann man variieren. Du kannst hier natürlich eine Schleinmische reinballern. Du kannst hier eine Giebel- und Karauschenmische reinballern. Du kannst hier auch eine Karpfenmische reinballern. Ich hatte tatsächlich bei der Schlein Super Trophy hauptsächlich Karpfenmische drin und ein paar Bällchen Schleinfutter vom Futterkorb. Das heißt also, sinnvoll ist es eben hier, wenn ihr schon soweit seid, natürlich eine Schleinfuttermische reinzuwerfen. Einfach mal reinballern. Nicht ganz zu viel. Erstmal gucken, wie reagieren die Fische da drauf. Welche Fische reagieren da drauf. Gibt es überhaupt eine Reaktion. Und dann gucken, ob euch das schmeckt. Das Wichtige ist halt, wie gesagt, nicht zu dickes, fettes Setup. Habt ihr aber wahrscheinlich eh nicht im Anfangsbereich. Wenn ihr im Hochleveling-Bereich seid und ihr habt zum Beispiel jetzt auch wie hier hochwertige Routen, dann auch tatsächlich mal extra in den Drill gehen. Es sind Low-Level-Gewässer. Übertreibt es nicht mit den Ködern. Klar, kann man sich auch hier mit Boilies hinstellen. Honig, Boilies und ähnliches. Oder Erdbeer und Co. Klar, auch das funktioniert. Aber denkt dran, es sind Low-Level-Gewässer. Auch da funktionieren eben die kleineren Köder. Und man muss es eben auch nicht übertreiben. Es ist natürlich dann sehr speziell. Das heißt, wenn man mit so einem hochwertigen Setup dann unterwegs ist. Oh, geil, Alter. Fetter Barsch. Wenn man mit so einem hochwertigen Setup unterwegs ist, nutzt man im Idealfall einfach erstmal aus, dass man selbst schon hochgeskillt ist. Das heißt, alleine dadurch, dass man eben hier in den Angelbereichen beim Posenfischen, Spinfischen, Grundfischen schon 100% oder sehr hochgeskillt ist, fängt man ja schon besser. Man ist schon ein besserer Angler. Das heißt, höhere Frequenz, dickere Fische. Und dazu kann man dann natürlich auch hier wertigere Sets nutzen mit Plus auf die verschiedenen Montagen. Und das alleine macht den hochleveligen Angler ja dann auch schon wieder zu einem Angler, der mehr fängt. Das sind einfach Komponenten, die da einfach direkt mit reinspielen. Zack, kleine Schleie. Jetzt gucken wir mal. Vierer Haken lassen wir also noch. Ja, Schleie wäre für mich zum Beispiel jetzt hier an der Stelle ein Fisch, der interessant ist. Das heißt also, wie gesagt, von den Ködern, vom Wurm angefangen, verschiedene Würmer. Also die kleinen Würmer, Mistwurm, Regenwurm. Dann geht es weiter natürlich mit Käsewürfel, mit Honigteig, was so ein bisschen süßlich ist. Mais kann man natürlich auch gerne verwenden. Ich ballere gleich sogar mal ein Maiskorn dran. Wobei das hier mit dem Käse auch schon gerade wieder gut ist. Aber Käse hat halt immer auch die Gefahr, zack, des Amours. Amour kann halt immer reinballern. Stellt euch jetzt diesen 3 Kilo Amour auf einem 4 Kilo Setup vor. Ihr habt das 4er Set Start, dann haut der halt schon mal ganz gut rein. Und wenn jetzt der Amour bei 10 Kilo liegt, ja denn, Attacke Vollgas, dann kann man erstmal ein bisschen rennen gehen. Ja, Fette Giebel hier auf Tauwurm schmeckt natürlich auch. Tauwurm ändere ich jetzt mal eben. Ich nehme jetzt mal einen 4er Haken. Wo ist er? Ich nehme den hier immer ganz gerne. 4er Haken und Maiskorn. Und dann ballern wir das mal raus. Testen das einfach mal, ob nicht da auch mal so eine schöne fette Schleie reingeht. Ich meine, Schleie, letzten Endes, ich brauche den Brocken jetzt nicht mehr. Es ist schon ein bisschen übertrieben. Super Trophy Schleie. Ist schon krass, ne? Ist schon ein krasses Ding. Ist schon... Fetter Knutschmund. Ist schon geil. Nimmt man gerne mit. Warum auch nicht? Einfach mega geil, diese Dinger. 6,2 Kilo auf Tauwurm hier an der alten Festung. Ja, schmeckt. Aber wie gesagt, sowas dann eben auch mit einem kleinen Setup ist schwierig. Guck mal hier. Ganz normale Schleie ab 800 Gramm. Häufig sogar als Kaffeeauftrag mit drin. Immer wieder gut, wenn man das mitkriegt. Guck mal hier. Mistwurm. Lüpp. Haben wir schon mal einen Köder für die Schleie. Es sind jetzt erst drei oder vier Bällchen Schleienmische mit drin. Wie gesagt, man kann auch hier Giebel- und Karauschenmische reinballern. Oder eben diese Karpfenmische. Ich kann ja einfach nochmal die Karpfenmische nehmen. Zack, baller vielleicht auch nochmal eine Handvoll Bällchen da rein. Zap, zap, zap. Also daher ist es eben auch interessant, wenn ihr das noch nicht könnt, hier mit der Futtermische herstellen und so. Und ihr habt das Basis-Feeder-Set-Start. Dann schnappt euch doch einfach mal einen ganzen Kescher voll Brassen. Oder schnappt euch doch mal einen ganzen Kescher oder zwei Kescher, die ihr voll gemacht habt am Windenbach. Und dann investiert ihr einfach die gesamte Kohle ins Futtermische herstellen. Kann man doch machen. Ihr habt doch nichts zu verlieren. Ist doch sinnvoll investiertes Silber. Der Punkt ist natürlich, stellt Futtermischen und Bällchen her, die ihr auch verwendet. Es gibt immer diese Guides, wo dann drin steht, stell 400 Mal Basismische davon. 600 Mal Basismische davon. 800 Mal Basismische davon. Und dann schmeißt ihr alles natürlich weg, weil diese olle Basismische kann man zwar reinschmeißen, aber der Rieseneffekt ist es nicht. Stellt auch einfach Schlein-Mische her. Oder halt am Anfang Giebel- und Karauschen-Mische. Die verwendest du auch noch mit Level 40. Rotaugen-Mische. Dann ballerst du nochmal 300 Mal die Mische für, oder 1000 Mal die Mische für Brasse durch. Die verwendest du auch später noch. Und so weiter und so weiter. Und schon gehen automatisch natürlich die Skill-Punkte hoch. Und man verwendet die ganze Zeit natürlich dann auch noch die Futtermischen. Weil man diese Futtermischen eh ständig braucht. Und ganz wichtig, wenn ihr halt schwerpunktmäßig im Grundangeln unterwegs seid, Stationärpunkte, da kann man halt Punkte reingeben. Stationärrolle kann man Punkte reingeben. Später irgendwann mal in der Haar-Montage. Aber ihr habt hier ein paar Level lang Zeit. Ihr müsst die Punkte nicht ausgeben. Das heißt, ihr könnt die Punkte in die Angelfutter-Zubereitung ballern. Relativ früh schon. Fünf Punkte rein, damit die Qualität des Futters bei neun oder bei zehn ist. Das heißt, ihr habt eine gute Qualität. Alter, guckt dir erstmal an, wie hier die Schleie läuft. Einfach nur auf dem ollen Mistwurm, ey. Ehre! Zieht raus die Brocken, Alter. Schön die Schleien kloppen hier. Ganz auf entspannt. Gar nicht schwierig. Simples Setup. Ich habe jetzt hier gerade mal Fluorocarbon 9,8 Kilo. Das heißt aber auch hier mit einem 5, 6 Kilo Setup kann man sich hier hinstellen. Fluro, fluro, fluro. Hier ist jetzt zum Beispiel das Setup einmal so angepasst auf so ein mittelschweres Set. Also wenn ihr hier zum Beispiel mit der Alpha eben steht oder mit der HSV. 14, 15 Kilo Setup oder ihr habt auch sogar schon die erste Karpfenrute oder mit der Fiederrute seid ihr noch unterwegs. 12 Kilo Schnur, 9,7er Vorfach, 4er Haken und Gibi. Also relativ simpel zusammengebaut. Kein großes Hexenwerk hier das Ganze. Wichtig ist natürlich, wenn der fette Drill kommt, gucken, dass ihr den Fisch nach da hinten schickt. Nicht nach da. Und dann lüppt auch der Lachs. So soll das sein. Und dann, ja ich hoffe es, dann kracht auch irgendwann die fette Schleie als Trophy hier rein. Wie gesagt, ordentlich große Haken verwenden. Guck mal hier auf dem Mais. Was haben wir da dran? Zack, Schleie. Auf dem Maiskorn, ey. Ein Kilo Schleie, ganz simpel. Einser Maiskorn hier. Ein einfaches Naturmais. Ab dafür. Geht doch. So simpel kann es sein. Petri ihr Lümmels. Macht euch ein entspanntes Wochenende noch. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Daumen da lassen. Und dann sagt mal, mit welchen Köder ihr am besten die Schleien fangt. Gerne unten reinschreiben. Das hilft auch immer den anderen Anglern. Petri, bis zum nächsten Mal im Livestream oder im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.